Das wird heute wieder ein sehr, sehr heißer Tag. Auch in den Bergen wird es heute sehr warm. Wir schauen nach Obertauern. Wir sehen hier schon strahlenden Sonnenschein, nur in Backwellwolken im Hintergrund zu sehen. Und nach Hinterstoder machen wir auch noch kurz einen Abstecher. Wir sehen hier grüne, saftige Wiesen, die heute auf die Wanderer warten und auch sehr viel Sonnenschein in den Bergen. Blicken wir nach Europa. Die Hochsommerwetterlage bleibt zwischen dem Südwesten und Nordosten Europas bestehen. In heiser Luft gibt es viel Sonnenschein über Mitteleuropa und dem Baltikum, aber auch einzelne Wärmegewetter. Das Islandtief Juli bringt unterdessen rund um die britischen Inseln dichtere Wolken und dort auch einige Regenschauer. Schauen wir nach Österreich. Hochsommerwetter pur heute angesagt, schwitzen ist angesagt. Fast überall in Österreich strahlender Sonnenschein. Nur hin und wieder mischen sich ein paar harmlose Quellwolken dazu. Die Temperaturen schweißtreibend. In Bozen sogar 41 Grad. Innsbruck wird 37 Grad erreichen. Schauen wir uns die nächsten Stunden an. Für den Westen alles im Detail. Sonne- und Wolkenmix, wobei der Sonnenschein definitiv überwiegen wird. Es wird heiß 35 Grad maximal. Das sind die Spitzen am Nachmittag. Auch im Osten heute strahlender Sonnenschein. Erst in den Nachtstunden ziehen einige Wolken auf. Bis dahin ist Hitze angesagt. Temperaturen um die 31 Grad maximal. Garantiert einen schönen Badetag. Schauen wir uns die nächsten sieben Tage für den Westen an. Der Hochsommer bleibt uns halten. Nur am Donnerstag können ein paar Gewitter durchziehen. Ansonsten sehr sonniges Wetter. Im Osten heute und morgen eine pralle Sonne. Schauen Sie sich das mal an. Erst am Donnerstag ziehen dann ein paar harmlose Quellwolken durch.